Da kommt er schon, Skarfi, ein smarter junger Herr. Meine Damen und Herren, bitte hier in Ihrem Katalog zu korrigieren. Kein Wallach, sondern Hengst ist dieser junge Herr, der aus der polnischen Zukunft zu uns gestoßen ist. Sechsjährig ist er, dieser sparte junge Herr von Sir Neel, aus der Mosinka von Basten, Sir Shostakovich. Also der uns vor allem auch mit diesen breiten Geraden geläufige Vollmüter hier in dritter Generation. Mit absoluter Leistungsbereitschaft ausstaffiert, für den ambitionierten Junior oder Jungen Reiter, geradezu prädestiniert. Übrigens auch platziert im Finale des polnischen Bundeschampionates. Und nachdem ich ihn schon auf Video noch einige Male gesehen habe, im Vorfeld der Option, hatte ich erst in den letzten Tagen Zeit und Gelegenheit, ihn hier auch persönlich live und in Farbe bewundern zu dürfen. Meine Damen und Herren, vor allen Dingen auch dieses Pferd, ganz besonders bemerkenswert. Den merkt man sich einfach. Es ist mir gestern sofort aufgefallen, hier bei seinem täglichen Training, so in seiner Art und Weise sich in der Halle zu bewegen, alles mit gierig aufzunehmen in sich und doch in sich zu ruhen. Meine Damen und Herren, mit der richtigen Leistungseinstellung ausstaffiert, den mag man einfach leiten. Und ich meine und wünsche es ihm, dass ein aufstrebender Junior vielleicht ihn sich sichern kann. Das wird ein richtiger Schleifenräuber für die Zukunft. Ein Parcours fährt durch und durch, ganz intelligent. Aber wir wollen ihn jetzt zunächst am Sprung auf uns wirken lassen, ganz patent, schnell. Ich denke, das wird ein richtiges Siegpferd, meine Damen und Herren. Ja, nämlich deutet er hier nur an. So, ladies and gentlemen, this is number 27 in your catalogue. And we have a correction, a misprint in our catalogue. This is no gelding. It's a stallion. The stallion, 6 years old, by Sir Neil, last in Sir Shostakovich. We think it is a very good horse for a junior rider. And we are pretty sure that we will see a future career in this sector. By the way, this horse is the finalist of the Polish Championship for Young Horses. Very interesting, ambitious horse. Scaddy, number 27. Das ist ganz weg. Ja, das meine ich. Und Christina zeigt es uns hier auch. Und dann haben wir jetzt hier auch so eine ganz praktische Galoppade am Sprung. Macht sich das dann selber passend hier mit einem kleinen Galoppschwung. Einmal noch korrigieren. Ich denke, jawohl, steile Rochse einmal in der Tür. Dann wollen wir es da aber bewenden lassen. Ja, du kamst doch einmal zu dich. Soll gelügen. Jawohl.